Das hilft mir. Objekt gefunden, ein Magnet. Was? Okay. Wie sieht es denn aus mit den Magneten? Okay. Was? Ja, da zeig ich dir mir jetzt gleich vier Tipps nochmal an. Moment, aber wenn du nicht die zwei bewegst, die nebeneinander sind, kommst du auch nicht zum hinteren Buchstaben. Hallo Annika. Den oben rechts und den unten links. Hä? Das geht, also, kannst du mir das irgendwie erklären? Oder kann mir das einer irgendwie erklären? Das geht, das geht gerade nicht in meinen Kopf. Also demnach wäre das dann ja der und der. Und der? Das ist, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ein geschnitzter Holzbogen. Egal, das Spiel ist durch, das Spiel ist, das Spiel ist, äh, ne, also... Hä? Lollei. Ein geschnitzter Holzbogen. Ein geschnitzter Holzbogen. Ei weiß nicht, das Spiel ist, äh, ne, also, das Spiel ist, äh, ne, also. Io? Äh. Helium. Hier ist ja, der 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 ist ja, er wird ja. Aber das ist ja, der 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 ist ja. Und dann, dass er, der ist ja, der ist ja. Ja, jetzt wie du es schreibst, ja, natürlich, macht ja auch Sinn. Der Hölzer an der Turbogen, den ich gefunden habe, passt sicher irgendwo hin. Was? Wo seine Seitenteile Platz haben. Ich meine, das habe ich mir schon gedacht, dass der hier irgendwo hin... Ah, warte mal, hier vielleicht. Da. Und rein da. Ich schenke mir nochmal gerade einen Kaffee nach. So. Was soll ich denn hier jetzt bewegen? Okay, da kann ich jetzt irgendwas dran zeichnen. Aber keine Ahnung was. Huch! Ich habe gerade gestern die... Das ganze Zeug gelöscht, was ich abfotografiert hatte. Probieren wir das mal. Das wird dann wahrscheinlich wieder dieses Null-Element am Ende geben. Denke ich mal. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das habe ich gesehen, dass du das schon durch hast. Aber halt dich bitte mit Tipps und so weiter, so weit wie möglich zurück. Führ mich gerne zu Lösungen hin, aber nicht spoilern. Bitte. Ich hätte jetzt schwören können, dass das da losgehen soll, aber scheinbar... Scheinbar nicht. Uh! Ne, da hat sich nichts verändert. Gefunden. Ein Modellzifferblatt. Diese Tür brauche ich einen besonderen Schlüssel. Alles klar, Mr. Gray. In diesem Spiel fehlen irgendwie die Wimmelbilder. Ganz ehrlich, hast du dir die letzten Teile angeguckt von Grim Tales? In den letzten Teilen fehlen mir auch die Wimmelbilder. Die letzten Teile von Grim Tales sind doch einfach nur noch... Ähm... Die sind doch einfach nur noch... Äh... Ja. Wie soll ich sagen? Das sind doch nur noch Minigames. Das Silvanblatt, das ich gefunden habe, scheint... Teil eines größeren Modells zu sein. Das, äh... Steht außer Frage. Tja. Aber brauche ich denn das jetzt schon? Und das hier würde keinen Sinn machen. Hier kann ich nichts bewegen? Nein. Der möchte wohl, dass ich erstmal mich um das Silvanblatt kümmere. Naja, gut. Okay. Okay. Ein Modellboot. Okay. Hallo, Flibby. Ein Modellboot. Ich hätte das jetzt eigentlich hier gedacht, weil hier so ein Steg ist, aber... wird mal wieder Zeit? Hä? Zeit für was? Habe ich irgendwie was überlesen, oder? Ein Modellboot, mit dem ich jetzt gerade nichts anfangen kann, oder nichts anzufangen weiß. Ich würde jetzt erstmal auf den nächsten Hinweis warten. Danke. Die Kiste im Steinkreis-Modell hat eine verschlossene... mit den Scherben eines Metallscherben verzehrte Tür. Die muss ich mir anschauen. Okay. Alles klar. Ich muss also jedes Mal so da rein. Ja, okay. Mit den zerbrochenen Scherben. Dieser hier? Ich muss den Stern mit dem Okular untersuchen. Holy shit, was für ein Stern? Stern? Ich sehe keinen Stern. Wir sind hier, oder? Aber hier geht ja immer noch nichts. Welchen Stern? Den Stern. Ah, so geht das. Ah! Ja, das war einfach. Das Game ist ja immer einfach. Mit zwei größeren Aussparungen. Das Game ist ja immer noch nicht. Und ich werde noch nicht Geld machen. Der geht ja immer mehr. Der geht ja immer. Ah, so rum. Und im nächsten Teil gehen wir dann ins Haus, ins Haus, ins Haus, ins Haus. Also in den Raum, 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 oder wie? Objekte gefunden. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Okay, nein, hier haben wir doch kein Schlüsselloch. Ist hier drin ein Schlüsselloch? Hier so? Einen besonderen Schlüssel. Ich habe einen besonderen Schlüssel. Steck den da rein. Mit Gewalt zur Not. Runde Magnet, den ich gefunden habe. Seltsam geformte Ausbuchtung, Lull. Okay, doch nicht. Ja, welcher von den beiden? Der Magnet scheint an die Kiste im Steinkreis-Modell zu gehören. Ja. Okay. 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 Also ich kann jetzt nur raten, oder? Also so und der andere in der Mitte. Hä? Ach, scheiße. Ja, diese eingravierten Messingplättchen, die habe ich ja schon gesehen. Jene. Aber für was? Vier Stück habe ich davon gesehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.